hallo herzlich willkommen wir sind zurück bei no man's sky so da ist das frisch geklaute raumschiff so ich soll das baumenü was ist das noch jetzt für die katze wieder rein aber sie darf nicht so signal booster habe ich dafür alles metallplatten nanorohr gedöhnt wir hatten update es hat sich alles geändert es hat sich viel geändert so gucken nano wir haben keinen kohlenstoff metallplatten wir haben keinen verrät staub das ist toll ja also erst mal das können dann wo ist die pflanze so sauerstoff so ich bin jetzt einfach mal gespannt wie wir hier weiterkommen weil das werden wir uns gleich mal angucken ich habe halt einen haupt spielstand den ich für mich alleine spiele und naja hier habe ich sechs stunden bei dem anderen habe ich halt ja ein bisschen was mehr so ich kann das gelernte hat eben hier auch relativ gut umsetzen so jetzt noch mal kriegen wir so eine rohe gebaut hier kriegen wir eine metalplatte gebaut hier das wird bald alles kein problem mehr sein ja wohl sagt zeigt mir auch so nehmen das war schon gut dann schnappen wir uns hier wieder nehmen wir uns noch ein bisschen davon mit man weiß ja nie für was man es braucht natürlich weiß man das wie gesagt ich weiß relativ viel über das spiel so das waren nicht viel das war viel gut hier und akku naht von mir aus okay das lassen wir sein und suchen mal die nächste position hallo ach da nicht dieser planet dann atmosphäre störung dann nix wieder hin ja ich habe noch einen zweiten spielstand der auch fast länger läuft ist der ehemalige ich muss noch was reinschreiben und zwar gibt es ja genau wie wäre es wenn wir so fliegen wie wir sollen dann einfach mal hier landen mit f kannst du das bitte mal für mich tun ach so ja nur mit f geht es nicht es geht nur mit na was ist das denn oh das ist ein zufall was brauchen wir dafür ja okay wir haben davon nichts so wo sollen wir hin wo ist das da oben nee was ist das denn was ist das was bitte ist das was das ist auf eine organische art und weise sehr sehr eklig das ist faszinierend böse aber ich muss ganz kurz mal was machen was ist das glaube das wäre doch wichtig so aber das ding da das macht mir echt angst wenn ich darauf schieße das macht gar nichts es ist kein tier kein nichts ist einfach was ist das das ist in meinen 200 stunden no man's guy ich weiß dass es nicht viel aber wo ist denn jetzt bitte mein das ist es doch gar nicht ich baue jetzt erst mal das ding ich weiß ja nicht kann ich das ja machen ja gut da stimmt mir war ja nicht gut aber das ist was ist passiert warte mal ich muss hier noch ganz kurz was machen irgendwas stimmt da nicht so doch da ist es doch fertig er macht es nicht sich das selbst noch mal warte ich gehe sofort weiter ich bin noch ein bisschen am kämpfen ach ja okay ist es da so ja gut dann werden wir oder warte mal kriegen wir das hin haben wir überhaupt dafür fehlt sauerstoff was ist das andere kohlenstoff nanro können wir machen und was brauchen noch weil das wäre schon wichtig was noch mehr von den dingen die sind so eklig es tut mir leid aber ne quatsch brauche ich gar nicht ich brauche das gehäuse doch das brauche ich so nitrat wieso habe ich ach natrium nitrat habe ich nicht habe ich schon die persönliche raffinerie nein habe ich natrium ich habe sehr wenig natrium ich habe viel zu wenig natrium dass das sieht aus als wäre es ganz viel natrium ist es aber nicht dieser planet ist mir ungeheuer was macht das kürbis knollen brauche ich irgendwann mal haben wir irgendwo hier sauerstoff der anfang ist echt ein bisschen räudig da ist sauerstoff wo auch immer natrium ist da auch wo ist sauerstoff unter drei nehmen wir dieses nutzlose ach da ist beides gut okay einmal aber ich glaube da haben wir noch mehr das geht ja sogar wo das könnte helfen so das ist ja immer wirklich meine ordentliche location für sauerstoff and stuff er ist ja gut wo drauf stehe ich jetzt bitte okay das packt ein bisschen aber ich meine der planet der überfordert einen ja auch ein bisschen hat schon reiche pflanze so ein blödsinn eigentlich hallo bis es nicht mehr leuchtet das ist genau jetzt so jetzt gucken wir noch mal können wir das ding können wir einmal bauen und er braucht natrium nitrat so wir müssen noch mal zurück zu dieser dingens das eine können wir machen was ist das eigentlich na dann annusieren wir doch mal bringt zwar noch nicht so viel ein bisschen was obwohl für das was wir jetzt haben ist es sogar gar nicht mehr schlecht so was wir machen können ist tatsächlich neues schiff holen gehen weil es gab ja drops das lassen wir gucken ich könnte nicht wetten aber es könnte sein dass in diesen kisten irgendwo vielleicht natrium nitrat ist naja der erst mal das das ist gar nicht so wertlos das hat in dem update hat sich eine menge getan so diese daten die hatten wir uns natürlich auch so und jetzt würde ich sagen bauen wir uns die tragbare raffinerie da brauchen wir noch mal eine metallplatte die können wir jetzt bauen so noch mal tragbare raffinerie dann gucken wir noch mal wie viel natrium nitrat brauchen wir du kannst erst mal das ist fertig das ist fertig wir brauchen zehn natrium nitrat ich will nur diesen diesen dings jetzt haben start einfach nur damit wir diese location jetzt mal so das verschwindet so gleich können wir nicht rausnehmen doch können wir rausnehmen so aber jetzt so jetzt ist die frage dann haben es ist im moment noch ein bisschen schwer ich würde sagen mir trotzdem ich will das ich will das haben mein raumschiff und wir fliegen was ist was ist das da eine böse pflanze die kommt mir gerade und die hat natrium super natrium nämlich immer so und wo haben wir jetzt da nicht dieser planet lassen wir mal die planete der penis monster weg hinter uns meinte ich alter schwede es war schon ich fand es schon ein wenig alter schwede fand ich das eklig ein in sich beweglicher ist nichts meandernder penis was ist das was war das hallo raumschiff ich hoffe mal die tun mir jetzt nichts weil ich fühle mich mit diesem charakter so furchtbar wer los wir haben noch keinen frachter wir haben noch keine siedlung wir haben eine ganz mickrige basis ich habe nicht mein richtiges zuhause und sobald man einen frachter hat ist das das zuhause da kannst du sagen was du willst das ist so okay jetzt ist die frage wieso wieso ist das hier jetzt so wie es ist kommen wir da einfach so rein ja was ist mit dir ein verkäufer was will er gewinnt zu addieren ja machen wir einfach danke was kriege ich denn super naja gut ja ich weiß moment warte mal 1 2 1 2 es ist einfach 1 nach rechts also es ist wieder 2 1 ne 2 1 2 1 gut aha das ist aber gar nicht warum ich hier bin das ist nur ein Zusatzabenteuer eigentlich oh da ist ja noch jemand gut ja und jetzt hallo danke ja aber ich glaube ich muss hier einfach nur ja danke ich muss hier einfach das ist nicht meins ich muss hier einfach nur wollte ich sagen das da machen so okay und jetzt jetzt will ich mir auch noch mal anschauen gut auch schon wieder so die sind schon eklig aber auch schön schön eklig und wir sammeln Wörter und wir sammeln ja und wir sammeln und wir sammeln und wir müssen in den Weltraum das passt ganz gut weil hier haben wir eh nichts mehr zu tun und gib ihm ja mhm ich bin mal gespannt ob es sofort kommt oder ob ich erst nee x zack da ist er was ich mich zum ersten mal hin zufand da wusste ich nicht was ich erwarten würde die schöne das mysterium die abenteuer die gefahr und hier sind wir jetzt nicht wahr geh zu einem holterminus und leider deine daten du ruhig es ist Zeit dass wir uns finden kommunikation beenden zack so ähm nein ja wo sind wir wo sind wir da sind wir zack okay natürlich wieder ein Radplanet es wird übrigens wieder weil ich das sonst zeitlich wirklich nicht packe 20 Minuten folgen geben wir hatten jetzt 40 Minuten sind wir runter auf ups auf 30 und jetzt machen wir wieder oh ne da sind sie wieder warte mal das müssen wir nutzen ja ich weiß ich weiß ich weiß aber das ist so speziell dass ich da wirklich ich habe das noch nie gesehen ich wollte doch so hallo ähm mh hm mh Es muss halt sein, ist das speziell.